Moin moin liebe Nerdtaster, herzlich willkommen zu einer kleinen Nerdcheckrunde hier, nämlich einmal zu einer Review und ein Unboxing zu The First King. Ich würde mal sagen, wir legen damit los. Ja, seit dem 15.11. ist dieses Blu-ray Steelbook hier entschieden im Handel, läuft aber schon seit 8.11. im Handel unter der DVD und den digitalen Versionen. Und ja, es ist The First King. Romulus und Remus. Romulus und Remus, ja. Die ersten Gründer der Stadt Roms und hier sieht man halt diesen, ja, es ist ein Historienfilm, das Drama. Und Kaplan hat mir dieses Steelbook hier geschickt. Erstmal danke dafür, auf jeden Fall, als Pressemuster. Und darum gibt es auch keine J-Card, weil das war noch im Lager gewesen. Besser aber als eine DVD, um euch einfach mal zu zeigen, wie sieht das Teil einfach aus, gleich im Unboxen. Ich würde mal sagen, damit legen wir jetzt los. Wir sehen auf jeden Fall hier ein geprägtes Steelbook, was sehr schön hochglanzmäßig ist. Man sieht auch diese Struktur dieses Feuers und man ist, das Schwertragt hier raus. Und das ist, wo ich im Film war, das Romulus gewesen, den man hier sehen kann. Auf deiner Seite sieht man natürlich dann die Spiene. Da steht drauf, Cabela Pictures, The First King, Romulus und Remus. Natürlich das Brutus-Zeichen und natürlich DTS-HD hat dieser Film. Hinten sehen wir dann Remus, wo auch sehr gut seine Augen zur Geltung kommen. Auch dieses Feuer-Design, dieser Special-Effekt. Ziemlich cool gemacht auf jeden Fall. Im inneren Bereich können wir reinschauen. Da sehen wir ja, was sehr viele auch schon weglassen mittlerweile. Das hier auf jeden Fall, was zu sehen ist. Da sehen wir dann natürlich ein Cover im inneren Bereich, diese Innenseite, wie er ein Gehirn hält. Das ist ja Romulus hier. Und der Film ist natürlich auch 18 Jahre, FSK 18. Hier ist die Disc drinne und dahinter befindet sich dann ja auf jeden Fall auch nochmal einmal dieser Wald, wo sie halt dann im Film durchspazieren. Wo es dann halt zu Konflikten kommt, wo ich dann auch weiter drauf eingehen werde. Kurz zu den Fakten. Regie hat Matero Rovere gemacht. Italienische Produktion ist das auf jeden Fall. Und Schauspieler, den man ein bisschen bekannter da kennt in diesem Land, ist Alessandro Borghi. Ist natürlich ein Historienfilm, ein Drama. Und da komme ich nämlich auch jetzt dazu. Auf jeden Fall kann ich dieses Steelbook an sich, würde ich von der Qualität her, schon mal empfehlen. Ist der Film aber auch empfehlenswert? Das ist nämlich jetzt hier die Frage. Ja, es dreht sich halt um die beiden Brüder, die eigentlich, sag mal, ja, sie sind irgendwie Schafshürden und werden dann durch eine Flut weggeschwemmt. Natürlich gibt es in diesen ganzen Filmen Konflikte. Konflikte, wie es halt damals war in diesem Bereich. Es war rau. Es war, sagen wir mal, das ist ja auch dieses körnige Bild. Bild ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Haben sie wirklich gut hinbekommen, die von Cape Light. Landpictures. Das ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Der Ton auch. Wenn es natürlich in die Flutwelle kommt, man hat ein schönes, sagen wir mal, Surround-System, dann haut euch das auf jeden Fall den Ton und den Sound um die Ohren. Ja, dann kommen wir mal kurz zu den schauspielischen Aspekten. Wie muss ich sagen, haben sie gut gemacht? Denn manchmal auch ein bisschen zu viel, wie es auch im spanischen Bereich ist, hier natürlich auch im italienischen Bereich, diese Dramaturgie. Die ist manchmal so ein bisschen auch, der Film hat an sich so ein bisschen Probleme mit dem Pacing. Braucht teilweise, es wird viel zu viel erzählt, die zwei Stunden, sag ich mal, zwei Stunden und sieben geht dieser Film. Man merkt es einfach diesen an. Und das hat so ein bisschen den Fluss ein bisschen gestört. Fahre nicht ein bisschen schade, weil an den Szenen her, wenn das wirklich dann zur Sache kommt, ist das wirklich sehr rau, sehr blutig. Deswegen FSK 18 ist auf jeden Fall sehr gut, sag ich mal, schon dargestellt. Es ist zeitnah zu diesem Thema halt, diesem Historiendrama halt. Und wenn dann wirklich ein Speer durchgeht, peng, so eine Art. Es ist wirklich blutig, es ist realitätsnah, wie es damals war. Und das fand ich schon sehr gut. Kann man das halt mal hoch anrechnen. Was fand ich nicht gut, habe ich ja gesagt, teilweise halt zu zäh. Die manchmal so, ja, man merkt halt, dass die Schauspieler dann so von wirklich mittelmäßig bis solide agieren. Und das ist okay. Aber ansonsten sieht man eigentlich nur halt die Anfangssequenz, wie die beiden dann weggeschwemmt werden. Dann eben halt so zu Gladiatoren werden sollen, die sie dann durch die Wälder da gehen, wo es dann teilweise ziemlich langweilig wird. Aber wenn man wirklich so auf sowas steht, ich sag ja, schlecht ist es nicht. Es hat auch Spaß gemacht, diesen zu schauen. Aber manchmal halt war es zu zäh und man, diese zwei Stunden kamen wirklich, als Zuschauer, fühlte man sich halt wirklich so, dass es fast drei Stunden geht. Und wenn man Filme so mag, wie Apokalypto, Alpha oder ich glaube, wie hieß das auch der eine Film, weiß ich jetzt gar nicht mehr, über den Ötzi. Dann muss man sich auf jeden Fall mal diese mal anschauen, weil Historiendrama so eine Art, gerade auch nicht aus Amerika, wirklich aus Italien, habe ich so noch gar nicht gesehen und fand ich wirklich gut. Und was würde ich diesem Film geben? Ich würde denen eine 6,5 von 10 geben, habe mich überrascht auf jeden Fall. Und ich glaube, ihr könnt euch dem auch mal eine Chance geben. Könnt ihr mal gerne in den Kommentaren schreiben, ob ihr ihn vielleicht schon gesehen habt oder ob ihr ihn schauen möchtet. Ja, ansonsten bin ich jetzt hier raus. Lasst euch gerne ein Abo hier, ein Like und schaut mal gerne bei Cat and Pictures vorbei. Bis dann und schau und bam! Ja, ansonsten bin ich jetzt hier raus.